Durch die traumhafte Landschaft ist es hier einfach nur schön mit dem Wohnmobil entlang zu fahren. Aber vorher möchten wir euch noch einen Tipp mitgeben, wie ihr hier ganz einfach ins Hochland kommt. Ihr fahrt am Lagerfjörd ganz bis in den Westen. Von dort schlängelt sich die 910 ins Hochland. Die einzige Hochlandstraße, die geteert ist. Allein wegen den Hotpots in Laugafell lohnt sich dieser Besuch. Und jetzt noch ein paar Bilder aus den Ostfjorden. WeisEN Und jetzt noch mal ein Only-Rusand-Videos. dann abonniert einfach meinen Kanal. Und wenn ihr sehen wollt, was schon alles da ist, ich habe euch hier eine Playlist eingeblendet mit allen schon erschienenen Videos.